Das gucken wir uns gleich an. Vorher gucken wir uns diese drei hübschen Mädchen da an auf der Bühne. Drei gute Gründe für den Fernsehgarten. Musik jetzt, liebe Zuschauer, mit Vanilla Ninja. Musik jetzt, liebe Zuschauer, mit Vanilla Ninja. Musik jetzt, liebe Zuschauer. Musik jetzt, liebe Zuschauer, mit Vanilla Ninja. Musik jetzt, liebe Zuschauer, mit Vanilla Ninja. Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Es gibt eine gute Menge, die wir uns veröffentlicht haben. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und jetzt gibt es bei uns im Fernsehgarten endlich Wallroom-Fashion.